Willkommen in Deutschlands Bahnhöfen bei der DB Station und Service AG. Wir zeigen Ihnen, was wir uns täglich leisten. Mehr als 5000 Bahnhöfe in ganz Deutschland lassen wir für Sie gekonnt verkommen. Wir trauen Ihnen etwas zu, damit es mit unseren Geschäften bergauf geht. Wir sind das Tor zur Stadt, ob sie es will oder nicht. Wir treten Ihnen offen entgegen. Wir sind die Deutsche Bahn, die Basis der Zukunft. Sie bröckelt.